Swiss Recycling Checkup – Bereich, Konzeption, Sammelstelle, Gebinde Die Sammelstelle ist überdacht. Das heisst, die Sammelgebinde sind überdacht, aber auch der Bereich, wo die Leute herfahren, wo Parkplätze sind, ist überdacht. Das ist wichtig, vor allem hinsichtlich Winterverhältnisse, Schnee oder Glatteis. Zu der Aufteilung der Sammelstelle, die wir gewählt haben, haben wir auf der linken Seite Fraktionen, die mengenmässig oder auch von den gesetzlichen Anforderungen her spezielle Gebinde erfordern. Auf der rechten Seite haben wir Fraktionen, die mengenmässig einen grossen Anfall darstellen, dementsprechend haben wir auch grosse Sammelgebinde gewählt. Wir haben hier, in diesem Beispiel, Grünglas. Grosse Sammelgebinde heisst dann weniger Transportfahrten, weniger Transportfahrten gleich Einsparung von Transportkosten. Mehr Informationen zum Swiss Recycling Checkup unter www.swissrecycling.ch Swiss Recycling – damit Recycling rund läuft.